Ja doch, also bei mir in Mahl, da ist es sehr extrem. Also da werde ich schon oft erkannt, wenn ich irgendwie durch die Stadt laufe oder einkaufen gehe oder sowas. Oder ich Kellner ja auch, da werde ich auch oft erkannt. Ja ansonsten, also jetzt zum Beispiel hier in Berlin wurde ich jetzt noch nicht erkannt. Gestern in Hamburg wurde ich einmal erkannt. Und also immer mal wieder wird man angesprochen oder nach dem Foto gefragt oder sowas. Aber das freut mich. Also an Erfahrung nehme ich auf jeden Fall mit. Halt einfach Gesangsunterricht zum Beispiel, was ich vorher gar nicht hatte, habe ich dort bekommen. Mein Selbstbewusstsein ist auf jeden Fall größer geworden. Dann einfach die Erfahrung, so viele Stars kennenzulernen. David Guetta, Kelly Clarkson, Leona Lewis, die habe ich alle gesehen. Ich habe für David Guetta sogar persönlich gesungen und er hat Gänsehaut bekommen und sowas. Also das waren so alles Erlebnisse, die ja sehr, sehr einschlagend in meinem Leben waren und die auch bestimmt nicht vergessen werde. Also ich habe bei der fünften Show schon vier Tage vorher, habe ich gepostet auf meiner Fanpage, ja ich glaube, Leute ruft bitte an, ich habe ein schlechtes Gefühl. Und ja, hat sich dann letztendlich bestätigt. Aber klar, als es dann gesagt wurde, dass ich raus bin, habe ich es in dem Moment gar nicht so richtig realisiert. Also da wusste ich ja, ich bin raus. Aber was das bedeutet, habe ich nicht wirklich klar gehabt. Dann erst, als ich hinter die Bühne gegangen bin, dann alle gekommen, sie mich umarmt haben und so. Und da war dann so ein Moment, ach scheiße, jetzt ist alles vorbei. Und dann am nächsten Tag, ich habe ja noch in der Villa geschlafen, dann am nächsten Tag, als dann alle halt weiter diesen X-Factor-Tagesablauf hatten, die sind dann zum Studio gefahren und haben dann halt Song-Finding, Vocal-Coaching und sowas gehabt. Und ich saß dann da in der Villa mit unserer Betreuerin und musste mir, musste meine Sachen packen. Da war das dann echt hart für mich. Da habe ich auch dann geweint und so. Und es war dann wirklich so, ja, scheiße einfach. Also es ist wirklich, man wird dann einfach so rausgerissen. Ich habe, also ich bin jetzt seit Mai, spielt X-Factor, hat X-Factor bei mir eine riesen, eine riesen Rolle in meinem Leben gespielt. Und das war dann echt so von einem Tag auf den anderen weg. Also war ich raus aus diesem X-Factor-Leben. Und ja, dann war das, also es, das wäre, glaube ich, bei jedem Menschen so, dass er dann halt erst mal, also ich bin jetzt nicht in so ein tiefes Loch gefallen, dass ich depressiv wurde oder so. Ich habe halt ganz, also ich hatte ja trotzdem weiterhin Unterstützung auf meiner Facebook-Seite und so. Und also ich weiß, dass die Leute hinter mir stehen und deshalb lohnt es, also hatte sich kein Grund, wirklich traurig zu sein.